Jo, meine Freunde herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Nachnahmesession von World of Warcraft Level 1 bis 100 mit den ehrenwerten Herrn Gorgo Tox und mit mir. Richtig, wir sind letztens hier stehen geblieben, wo wir die Schlacht um Gynäas machen wollten, dass wir endlich hier rauskommen. Ich weiß gar nicht, müssen wir da irgendwen ansprechen oder einfach gehen? Ich glaube einfach gehen. Einfach einmal hinrennen. Oh, wir sind sie. Wir sind sie, wenn wir auf die Groschen reden. Hallo? Wer zu Hause? Na, das stimmt bloß nicht. Nicht wirklich, gell? Warte mal kurz. Da steht ja der Bier... Ach so, genau. Ach so, ja, stimmt. Ja, ich glaube, das muss man da anwenden. Ha ja! Richtig. Richtig. Und keine Ahnung, und nochmal, keine Ahnung. Was wir alle haben? Ich glaub. Eh, die verschwinden ja wieder. Nein, es ist im Fall. Allschlächer. Damm, die heute muss man da ansprechen. Ah. Hahaha. Gegrüßt. Lol. Totenkopf, Makro. Totenkopf, Makro. Ich wühne immer. Tuh, lol. Tschüss. Sprich. Komm mir nicht wieder auf. Ich stoß dich runter. Zack, zack. Ein dicker Bär. Nein. Bleib weg, dicker Bär da. Ich brauche meinen Tink. Und unsere Rapiere zerstört am Boden liegen. Die Macht der Liebe. Bam. Los, Tink. Greif im Arsch. Zillowel. Hahaha. Ich bin eine Glühbirne. Tio. Ja. Ich werde niemals aufgeben. Hügel. Endlich gefallen sich. Beweg dich einmal. Tja lol. Wir werden niemals aufgeben. Gebt auf, ist besser für euch. Tja, ihr werdet sowieso sterben. Alle nach der Reihe. Das Fußvolk ist noch immer gestorben in jedem Krieg. Angriff. Tjo. Wir gehen mir nicht. Inspiration. Los. Müssen wir da auch irgendwas machen? Ich weiss es nicht. Ich mach, dass es schneller geht. Sonst schiessen wieder 20 Stunden drauf. Ey, bleib da wieder. Da bleib. Ich kann nichts unten bleiben. So. Zeig mal denen mal, wer das Höschen anhat. Ich? Tja. Bam. Bam. Das ist vollkommen frei. Da. Griff. Das wird nicht einfach werden. Ach, das wird nicht einfach werden. Meine Güte, bist du ne Pißenelcke. Was passiert eigentlich, wenn ich DER inspiriere? Ja. Die geht... Ich glaub das geht nicht. so ging er wieder vor ich erst mein gott ist greift mich alle angriff mit einem super hier war feueres brunst ich habe kaum ein bisserl weiter wir sind schon fast fertig was bisher weiter ich bin mit denen da ich bin schon beim tor ich habe mich verlaufen wie mich da bist du genau wo die alle hin rennen halt zerst wollen storten dann rennst dort hin da kann man wissen die das schon was wollen nein ich bringe ja das ist normal ich bringe ich verliere lebensenergie einfach auf alles verschießen bewegt da schau endlich da ist er ja schon der ist nicht so stark die ist jetzt zu schwach das ist alles mein gott was ich für dps fahre ich bin sogar fast aggro naja vom vollblut habe ich aggro 159 prozent und tschüsschen er braucht uns wir tun was wir tun so wo gehen wir jetzt hin schätze ich jetzt gehen wir hin tschüsschen wo geht denn der hin lord darius crowley ich bin unser reich wer demaschiert darf auch du wohnert dass der auch greifen lol ich bin klar warum sind wir eigentlich die einzigen trotteln die was da kämpfen renn einfach durch ja warte mal warte mal egal einfach durch rennen komm gut wir müssen hier zum grauen mit dem hof durch ja da hinten hehehehe richtig grüß gut die können wir nicht angreifen ich kann dieses ziel nicht warum nicht unglücklich ziel richtig richtig wir sind zu schnell auch Männer weil wir mal die nicht inspiriert haben ja wahrscheinlich brauchen wir für alles eine Inspiration reicht das nicht dass sie wow geld bekommen sie wollen noch mehr ww wir werden bestimmt geholt du die mal kurz wem sich holen schon wo ja die was wir vergessen haben zu inspirieren du kannst schon fahren ich nicht bei dir geht es schneller die sind ja nicht mehr da ja wir müssen von vorher anfangen die waren im militärviertel geh weiter ja hallo wir sollten uns eurem vater anschliessen lehren er braucht unsere hilfe gegen sie jetzt längst dann rein keine ahnung ob du da drinnen bist in dem hof hin ja jetzt kommens ja siehst ist einfach zu schnell gewesen ich geb einfach dir die schuld dafür tja klar bin ich mir schuld ja irgendwer muss schwitzen tja los Ponyman tttttttttt Ponyman na siehe aus da kommt die ganze Horde die Horde die Horde Welt ja man kann sich angreifen ja endlich inspirieren inspirieren Ich bin gestumpt, wie kann ich mich da raus holen? Gar nicht. Aber warum nicht? Wenn wir das alles sagen, weil jetzt eine Geschichte kommt. Weiß nicht, wo ist ein Geschichte-Drucker? Ich weiß. Wir haben unsere Stadt zurückerobert. Wir haben... Ja. Eine Zeit für Rauchpause. Tö lol. So, Quist abgeben und LMA. Wo? Drin im Hausi. Mein kleines Mausi. Schaut doch dem Köhler unten. Okay, davon brauche ich nix. Was ist das Wertvollste? Das ist ganz unten. Äh. Jagd! Wo ist der Tobias Dunstlmann wieder? Wo ist das denn? Hallo? Der Dunstlmantl! Da hinten! Nee, der Unstlmantl! Warte auf mich! Warte auf mich! Warte auf mich! Ich bin nicht zu schnell, der Unstlmantl! Ja, das hat einen Totenkopf rum! Wenn ich nicht seh! Folge mir einfach! Dich seh ich auch nicht! Auf der Minikarte siehst mich! Weil da seh ich dich auch! Mach die Hand auf! Ich seh dich nicht! Ich bin blind! Hallo! Freunde von Grau, meine Freunde! Meine Freunde! Ey! Ach Gott! Was will er denn jetzt schon wieder? Ist nicht das, wo wir uns da verstecken müssen? Wasser! Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ja! Versteck den Wasser schnell! Schnell versteck den Wasser! Ich bin schon versteckt! Da runter! Da steck langsam! Ich krieg keine Luft mehr! Geh! 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 Es scheint so, als würde die die Kontrolle... Ja, aussehen! Aussehen! Wasser! Ja, voll! Hat's mit dir jetzt auch geschaut? Ja! Hui! Hui! Wuuu! Unser Sieg in Gelneas wird endgültig sein! Loll, das sehe ich dich! Hallo! 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 Ui! Das ist ein Alkoholbad! Siehst du mich ja ganz leid? Ja! Ok. Da oben stehen? Nö Da? Nö Ich film dann die Ecke Soll ich meinen Männern befehlen, den Einsatz der Souche einzustellen Oder fahren wir fort wie geplant? Angriff Angriff Was für eine Frage Natürlich werden wir die Souche wie geplant einsetzen Los, Wichtel! Los, Wichtel! Los, Wichtel! Los, Wichtel! Was machst du? Nicht stehen beim Wichtel! Angriff, Wichtel! Ich renne gerade vor ihr so umeinander, aber das ignoriert sie einfach gekonnt. Ja, ja. Weil sie Sylvanas ist. Beeilt euch! So, da muss einer die Quest hochgehen, stimmt. Ich habe ein bisschen rumgeblödelt. Mhm. Mhm. Da muss einer, oder? Hallo? Jo. Wo ist der Kram, ey, ne? Was willst du von mir? So, bla 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 bla, darauf springen. Flieg! Pokémon! Das ist ein Topsy! Tiiiih, ein Topoga, ey, ja. Ja. Ja.